Ach, die Sabrina und ich kennen uns auch von drei Musketieren. Ja, da war sie noch ganz jung. Und dann ist sie auch gewachsen. Da sind wir eine Frau geworden. Und dann haben wir noch eine Vorstellung zusammengespielt. Und diese Vorstellung liegt uns am Herzen. Wir lieben diese Vorstellung. Next to normal. Und wir wollten unbedingt heute Abend daraus zwei Nummern sogar sehen. Wir haben es Medley genannt, aber eigentlich sind es zwei ganze Nummern. Ich muss das Bertram verkaufen. Wir machen nur ein Medley, habe ich gesagt. Es dauert nur vier Minuten, aber es dauert acht Minuten. Aber gut. Wir haben auch eine CD rausgebracht. Die habe ich leider nicht mitgenommen. Beim Merchandise. Aber die gibt es. Bitte kaufe ihn. Die ist gut, glaube ich. Ich habe ihn selber noch nicht mal angehört. Aber die lacht sich schon wieder tot. Das war schon wieder ein Fehler, dass sie zu uns gesagt haben, sagt euch selber an. Aber die lacht nicht immer aus, weil wir haben auch zusammen gewohnt. Erzähl mal. Ja, also ich möchte sagen, so wie unser Schminkplatz Backstage aussieht, so sah es auch zu Hause aus. Ich muss ein bisschen lachen. Ihr ist so ganz akkurat. Da ist der Schmuck schon für jede Nummer, ist schon vorgerichtet. Und bei mir sieht es aus wie Explosion. Ich immer so. Und wie sieht das aus? Ja. Und sowas auch ein bisschen zu Hause. Aber ich muss sagen, wir haben uns ganz toll in die Rollen eingelebt. Also meine richtige Mama liebt auch meine Zweitmama. Und sie hat immer angerufen und hat gesagt, es ist alles gut, benimmt sie sich gut. Und ich habe auch manchmal ein bisschen aufgeräumt, weil sie mich dann ermahnt hat. Manchmal? Aber es gab immer super Frühstück. Ich muss sagen, ich bin aufgestanden, da war der Tisch gezackt. Lunch, Abendessen, alles fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ja, wir haben so eine ganz spezielle Diät gemacht. Es war ganz lustig. Ich hatte richtig Hunger. Und wenn sie es nicht gesehen hat, habe ich einen Keks gegessen. Das sagst du mir jetzt, bitte? Vielleicht singen wir jetzt was. Sollen wir mal das mal singen? Sollen wir mal singen? Ich habe Kekse gegessen. Ja, das tut mir total leid. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Aber nur einen. Plötzlich lasst es die Zerzucken, hell und ehrlich, wenn was blickt. Wenn die Strömerblitze spucken, rast mein Geist schnell wie der Wind. Niemand weidet mein Gehirn auf und mein Geist aus Eis da drauf. Lass den Schmerz aus meiner Stirn raus, während ich sich nie verschnurfe. Ja, ich sausse durch den Instagram. Ich bin weit entfernt von wer ich war. Und am Ende soll ich neu sein. Doch kein Mensch weiß, wie es geschah. Aber wenn du von der Wicht belebt, auch hier ist der Lund da, wäre ich nur da. Und ich stelle die Frau wie toll, sie ist wie wirksam, wunderbar, wäre ich nur da. Ja, ich bin weit entfernt von wer ich war. Spass, nicht glücklich, was ich glaub zu fühlen, das Glück und die Gefahr, wär ich nur da? Oder hab ich einen Film, ist, wie mich noch keiner war, wär ich nur da, wär ich nur da? Schalt mich um und dreh voll auf, schließt du mich ab, komm ich gut drauf? Die Stirn entkau'n, mein Kehr aus Erz, ich fühl' mich brennt, doch spür' ich ein Erz, ist mein Herz und schon ein Angebot, den Feierdruck, wär ich nur da? Dein ich zugertrückt für immer, steht schwammig jetzt, ich glaube ich nur da, wär ich nur da, wär ich nur da, wär ich nur da? Mit was fülle ich den Lücken, vor mein Selbstvertrauen war, wär ich nur da? Ich bin nur da, wär ich nur da, wär ich nur da, wär ich nur da? Ich bin wohl übergeschnarrt, hab jeden Rest am Verstand abgekannt, ich tanz mit dem Tod, kann schon sein, doch wer will's befreien? Ich bin wohl müde vom Spiel, doch mir werden Regeln und Schaden viel zu viel, vielleicht geht's dir auch so wie mir. Ich seh' nicht in dir, ein Kind voller Hoffnung und Tod, ein Kind dessen Mutter nicht weiß, was sie tut. Ich frage mich, ob sie einsam zu sein, einmal wird sie sich erfahren. Ich teile gerne deine Sorgen, du darfst mir nicht zersparen, warum bliebst du verborgen, nur seit 16 Jahren? Ich frage mich, ob sie einsam zu verborgen, nur seit 16 Jahren? Ich frage mich, ob sie einsam zu verborgen, nur seit 16 Jahren? Und hatte Angst oft, dass du wirklich gehst. Als ich dachte, du wirst sterben, zerbrach ich beinahe innerlich, doch kenntest du die Sterbe. Äh, ich frage mich, oder? Nach einer Zeit halte Wunder für dich für mich, für mich. Für mich. Für mich. Für mich. Für mich. Nichts haben wir mehr gemeint, doch könnte das hier unser Neuanfang sein. Wir leben nur heute, egal was geschah, vielleicht nehm ich dich dann mir wahr. Ich glaub dir nicht. Wir wollten dir ein normales Leben geben. Doch mir wird klar, dass ich keinen blassen Schimmer habe, was das ist. Ich muss wirklich nicht normal sein, das liegt mir viel zu fern. Doch kann ich fast normal sein, ganz gut und gern. Ja, ich kann fast normal sein, das probiere ich jetzt aus. Gerade genug normal sein, reicht mir aus. Reicht uns 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 aus.